So, schöne Grüße aus Löhningen. Das ist zwischen Oldenburg und Osnabrück. Und wir haben hier heute uns auf dem Hof am Kolk getroffen. Das ist eine wunderschöne kleine Urlaubsecke, wo ich auch mal selber da war mit meinen Kids. Und heute wollen wir hier ein Musikvideo drehen, weil die hier die süßesten Tiere überhaupt haben. Also mal gucken. In the circular fly, drehen wir uns im Kreise, schönen Gruß Hämmer Tom, aus dem Machs nochmal Strom. Das ist die Wohnung unseres Angestellten. Torben, was machst du da? Ich weiß es nicht, ich wurde eingesperrt. Komm, gib mir mal eine Möhrchen. Lass mich raus. Wir sind alle in der Wanne und wir ziehen den Stöpsel raus. Zieh den Stöpsel, zieh den Stöpsel, zieh den Stöpsel aus der Wanne. Noch eine Runde voll der Kante. Hey, da habe ich welche von beiden, die er ähnlicher sieht. Kann man schwer sagen. Sag du es mir. Der hat mehr graue Haare. Der ist auch fetter, das ist auch eine Sie übrigens. Das sind beides Säue, sag dich halt. Was machen wir hier eigentlich? Wir gucken Schweine an. Warum machen wir das? Weil wir ein Musikvideo drehen. Auf Bornhof. Hey Schweini. Hey Schweini, nicht erschöpfen. Alles gut. Hey, hallo. Na? Oh nein, keine Angst haben. Was? Unsere Erde dreht sich um die Sonne Und das Arschloch um sich selbst Ja und wir, wir drehen uns im Kreise Weil uns Kreisverkehr gefällt Schauf, egal bist du am Wanken Keiner läuft hier gerade nicht aus Wie sie alle alle fangen Na, machst du jetzt Als nächstes steht dein Take an, was? Ja, ich soll mich jetzt in den Schafen reinstellen Aber die laufen immer weg Die Statisten tun nicht das, was sie tun sollen Ja, es ist echt schwierig Irgendwo das Personal zu finden Das coole an den Tieren ist Die sind bei den Aufnahmen immer gestochen Scharf Ist das mein Bellinger, den du da gerade isst? Ja Ist das ein Problem? Schmeckt ganz gut Ist hier drin irgendwie was für Schafe zufällig? Ich muss den Schreck noch anziehen Ist das Schaf? Geh mal hier in die Tüte Mrrr Damit nur ein Stück von der Tüte ist Mrrr 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 Herzlich Willkommen bei Färsengold TV Folge 137 9422. Wir sind schon bei 200 Mann. Wir sind heute hier auf dem Bauernhof in Kolk, ne Quatsch, auf dem Kolkhof. Hof am Kolk. In Löning. Es ist total schön hier, wirklich sehr schön hier. Wir drehen hier ein Musikvideo. Drehst du es gerade? Ich drehe gerade ein Musikvideo. Jetzt lacht ihr noch, aber wenn ihr es seht, werdet ihr sehen wie komisch das ist. So Torben, was machen wir jetzt? Ich baue gerade das Gimbel zusammen, damit wir gleich Malte filmen können, wie er die Schubkarre hier den Weglein schiebt. Okay. Und ein bisschen einen auf Pharma macht. Okay. Zieb den Stöpsel, zieh den Stöpsel, zieh den Stöpsel aus der Wanne. Noch ne runde volle Kanne im chaoten Karussell. So und jetzt lass die Krokodile frei. Ich bin Schlocki, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das Leben gerettet. Jetzt an die Zeiten so. Gitter so. So echt, das Schöpsel in den Augen. Dein Schnee, dann schlockte ich mich frei. Was sagst du dazu? Moin. Moin. Schorne. Moin. Gitter so. Gitter. Gitter. Das hat die ganze Leise voll warm. Ja. Ja. Es ist schon geil. Boah. Mann. Das ist super. Jetzt müssen wir lange nehmen. Ich gehe rein. Zugriff, Zugriff, fire in the hole. So und jetzt alle weg und Hand raus. Bis zum nächsten Mal.